Hallo und herzlich willkommen hier bei Krolop und Gerst. Im heutigen Video geht es um ein Thema, was tausendfach gefühlt angefragt wurde. Okay, ein bisschen übertrieben, aber eben sehr häufig. Eigentlich unter jedem einzelnen Destination Video steht die Frage, und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach. Warum haben wir denn immer so offenblendig, mit so weit geöffneter Blende fotografiert und gerade bei Landschaftsaufnahmen hat es die eine oder andere skeptische Bemerkung hervorgebracht. Und heute in diesem Video geht es darum, warum wir das gemacht haben und wir werden auch natürlich im Laufe dieses Videos ein bisschen mehr in die Details der Technik eintauchen, warum es vielleicht auch gar nicht so unklever wäre, etwas tendenziell offener zu fotografieren und nicht mehr so geschlossen, wie das bisher immer beigebracht wurde. Dieses beigebracht wurde, das ist im Endeffekt auch der Ansatz für mich und ich würde am Anfang gerne darüber sprechen, warum das überhaupt so auffällt. Ich meine, wir versuchen uns jetzt einfach mal so ein bisschen zu lösen von uns selbst, von dem was wir hören oder sehen oder wissen und wir versuchen so ein bisschen auf die Sache selbst zu gucken. Es gibt Fotografen, die schreiben Kommentare bei unseren Destination folgen und sagen wirklich im ersten Satz, tolle Bilder, die ihr da gemacht habt, gefallen mir richtig toll. Und dann im zweiten Satz, warum offenblendig? Und die Frage ist jetzt gar nicht schlimm, keine Sorge. Es geht mir eher darum, dass oftmals diese Frage so von dem Ergebnis entkoppelt wird. Also wenn ich doch ein Foto schön finde, ich habe auch viele Kollegen, deren Fotos ich bewundere und ich finde deren Fotos schön und ich sehe noch deren Einstellungen, dann hinterfrage ich doch das nicht in der Hinsicht, dass warum die das gemacht haben, sondern ich frage eher, hat das vielleicht dazu geführt? Also die Frage hätte auch sein können, Martin, hat diese offene Blende etwas zu tun mit diesen tollen Fotos oder den Fotos, die ich so toll finde? Das wäre für mich eine sinnvolle Frage, aber es geht eher so in die Richtung, dass man sich generell fragt, dürfen die das? Warum machen die das? Unfassbar, da fotografiert jemand mit Blende 1.4 oder 2.8 Landschaftsaufnahmen, das geht doch gar nicht. Und ich finde es super schade, ich finde es super super traurig, dass es im Endeffekt auch so Regeln gibt. Ich finde gerade in der Landschaftsfotografie muss man extrem aufpassen und muss man extrem sich zurückhalten mit diesen Regeln, denn immer dann, wenn Regeln zu statisch werden, immer dann kann es passieren, dass man eben nicht mehr auf die Fotos achtet, sondern noch auf die Regel selbst. Scheinbar existiert eine Regel in der Landschaftsfotografie, die sehr weit verbreitet ist. Müssen nicht alle kennen, aber scheinbar kennen sie viele und zwar für viel Schärfe, viel Abblenden. Also gewöhnliche Blenden in der Landschaftsfotografie sind scheinbar 22, 16, 11 oder sonst was und nicht eben die offenen Blenden. Und das ist de facto falsch. Kommen wir aber gleich noch mal dazu, warum das technisch gesehen völlig falsch ist. Ich möchte erst mal starten mit ein paar Bildern. Ich habe mir jetzt einfach mal so einen kleinen Ordner hier gemacht, der heißt auch Offenblende und ich habe mir hier so ein paar Sachen rausgesucht und es gibt einen Grund, der für uns besonders wichtig ist, mit Offenblende zu arbeiten und das wäre das Thema Gegenlicht. Bedeutet, ich habe hier einige Aufnahmen, ich mache jetzt mir einfach mal so ein paar hier hin. Da sehen wir jetzt mal vier Aufnahmen, die im Gegenlicht entstanden sind. Und jetzt ist das ganz Wichtige, das ist Grund Nummer eins. Objektive verhalten sich abgeblendet, anders als aufgeblendet und vor allem dann, wenn es sich um Gegenlicht handelt. Ich mag dieses leicht diesige, ich mag dieses leicht verschwommene, ich mag einfach, wie sich die Lichter in die Tiefen mischen. Und da kann man sich jetzt ganz gezielt Bilder angucken, wie zum Beispiel das hier. Das hat ja noch einen anderen Element, wozu wir gleich kommen. Aber dieses gesamte, ja auch mit dem Flaring hier, dieses Flaring würde so nicht existieren hier in der Bildmitte. Oder auch die Bokeh-Effekte im Hintergrund oder gerade auch wie diese ausbrännende Sonne in die Wolken fließt. All das wäre gar nicht so möglich, wenn man nicht hier Offenblende fotografieren würde. Wenn wir jetzt weitergehen und wir gucken uns mal, ja zum Beispiel dieses Foto hier an. Das wurde ja auch mit Blende 2.0 gemacht. Dann sieht man auch, dass hier diese Sonnenstrahlen am Horizont, wie sie hier so reinbrechen, ganz anders sich verhalten als mit geschlossener Blende. Ich würde gerne die Vergleichsfotos hier mal zeigen, aber wir waren natürlich nicht in einem Ballon. Ich glaube, das ist aus Folge 8, 9 oder 10 und haben dann im Ballon nochmal kurz abgeblendet, um dann auch Fotos zu machen, die wir nicht schön finden. Also es sei mir verziehen, wenn ich jetzt hier gerade das nicht zeigen kann, aber das kann einfach jeder Fotograf beim nächsten Fotografieren mal selber ausprobieren. Das gesamte Bild wird einfach schärfer, aber mit der Schärfe, die wir Fotografen und Fotografinnen so im Detail mögen, also Detailschärfe geht eigentlich auch diese Globalschärfe einher. Ein Bild mit Blende 8 oder 5.6 hat eine ganz andere Knackigkeit und diese Knackigkeit finde ich persönlich auch gerade bei Landschaftsaufnahmen nicht wirklich schön. Also dieses Mischen ist ganz, ganz, ganz wichtig bei Gegenlicht. Dann können wir uns mal ein paar Fotos angucken, wo man wahrscheinlich sehr, sehr, sehr deutlich sieht, was auch noch der Fall ist. Ich zeige hier mal dieses Foto. Man sieht im Vordergrund unschärfe Büschel. Hätte ich jetzt hier abgeblendet, dann wäre hier dieses Gras, dieses Stroh natürlich sehr sichtbar und auch sehr störend. Vordergrund macht Bild gesund, richtig. Das ist eine Sache, die ich einfach total feiere, die ich liebe und ich habe auch deswegen offenblendige Objektive, weil ich unschärfe, weil ich Bouquet mag. Und ich finde es super toll, wenn man so generelle Verläufe auf dem Boden hat. Man sieht ja hier, man sieht die Wüste, man kann sich aber gleichzeitig auch auf diesen Berg und auf das eigentliche Motiv konzentrieren. Genauso hier, man hat den Vordergrund, man sieht das Haus. Es bildet für mich eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, nämlich eine räumliche Tiefe und ich habe eine Staffelung im Foto. Also räumliche Tiefe und gestaffelte Fotos. Das geht so weiter. Wir können uns das angucken. Hier schon wieder Vordergrund, also eine Landschaftsaufnahme, die einfach geprägt davon ist, dass auch was im Vordergrund ist. Und übrigens, wenn man dort sich befindet, hier in Namibia, das war eine Stelle, glaube ich, um Windhock herum, dann sieht man auch wirklich so dieses Gras, weil es ungefähr so die Höhe ist, wie die wir Menschen auch hier umher wandeln. Das wäre also ein nächster Effekt. Es gibt noch viel, viel, viel mehr Fotos, die das zeigen. Auch hier wieder dieser Vordergrund, der einfach nochmal eine zusätzliche Ebene bildet und der dem Betrachter vermittelt, okay, ich bin jetzt hier gerade wirklich an dieser Stelle und gucke mir das Bild an. Aber dadurch, dass er eben unscharf ist, aufgrund der offenen Blende, ist es eben nicht so, dass es den Betrachter ablenkt, sondern es ist einfach ein Element, was so ein bisschen einen Rahmen gibt. Das geht hier weiter. Hier zum Beispiel finde ich ganz toll. Man sieht das Gras, aber man konzentriert sich nicht mehr. Und das ist doch der eigentliche Sinn von Freistellung, von offener Blende. Eine offene Blende sorgt dafür, dass etwas sichtbar ist, ohne wirklich sichtbar zu sein. Es wird unscharf. Es ist aber noch da. Und hier das beste Beispiel, das Gras ist noch da. Man sieht, dass es auch Gras ist, aber der eigentliche, das Motivinnere, das sind natürlich diese krassen Wolken und die entfernten Berge. Das geht weiter hier mit den Aufnahmen aus Lüderitz, aus dem, wie heißt das nochmal? Thilo, helf mir. Kohlmannskopp. Das sind natürlich auch ganz viele Fotos entstanden, die auch mit diesem Vordergrund spielen, um auch wirklich diese Ich-bin-dabei-Position zu vermitteln. Das geht soweit auch hier. Richtig tolles Hitzeflimmer im Vordergrund. Und es ist einfach eine ganz, ganz, ganz ästhetische Art zu fotografieren. Alle Aufnahmen, die wir hier übrigens eingeblendet haben, sind maximal Blende 2.8, nämlich dann beim 24.70. Die meisten sind sogar noch offenblendiger, bei eher tendenziell Blende 1.4 aufgenommen worden. Also hier sieht man auch, das vermittelt so richtig diesen Eindruck da zu sein. Und es stört eben nicht, weil man soll ja auf diese verlaufenden Dünen gucken, auf den Hintergrund und nicht nur auf den Vordergrund. Da waren übrigens auch sehr viele Fußabdrücke und so ein paar Quadspuren, wo dann die Leute durchgepist sind. Also ein weiterer Punkt, ich finde es sehr, sehr, sehr toll, dass man etwas fotografieren kann, aber auch etwas ausblenden kann, was vielleicht nicht so hübsch ist. Also wer will schon Fußabdrücke in seinen Bildern drin haben? Das Ganze ist eine Mischung aus Effekten. Also auch hier bei diesem Foto, da sieht man ganz deutlich, der Vordergrund, der verschwindet so ein bisschen und es wirkt alles einfach nicht so richtig überkontrastiert. Ein besseres Beispiel, wo ich sage, dass Offenblende auch eine gewisse Ästhetik hat, ist zum Beispiel auch in den Aerials. Also wenn wir jetzt hier mal hingehen, das sind Luftaufnahmen. Diese beiden Luftaufnahmen, die unterscheiden sich in einer Sache und zwar die linke Aufnahme, die ist relativ scharf, die rechte Aufnahme, die ist sogar ein bisschen verwackelt worden. Trotz Offenblende hatten wir scheinbar nicht genügend Licht für eine kurze Belichtung, oder wir sind mit ISO-Wert nicht genug hochgegangen. Und das ist auch der Punkt, warum ich dieses rechte Bild so schön finde. Das rechte Bild hat so eine, ich finde, diese Zartheit, ich nehme mal die Maus hier raus, dieses leicht unscharfe, das passt irgendwie zu diesen nicht wirklich detaillierten Dünen. Die Dünen an sich, die bilden ja Zeichnungen heraus und ich finde, da passt einfach dieser leicht unscharfe und leicht verwaschene Look sehr viel besser dazu. Ja, ganz klar, aus dem Helikopter, da brauchen wir nicht drüber reden, dass man oftmals Offenblende fotografiert, weil so ein Helikopter, der hat sehr viel Vibration, ist sehr schnell, hat komische Bewegungen, macht links, rechts, oben, unten und da kann man sich nicht immer auf das konzentrieren. Ein anderer Punkt wäre, dass ich zum Beispiel auch die Effekte von Objektiven mag, wenn sie aufgeblendet sind. Das hier ist jetzt eine Teleaufnahme, die bei Offenblende aufgenommen wurde, aber ich finde diese Bokehpunkte im Vordergrund, gemischt mit dem Bokehpunkt im Hintergrund, einfach super genial. Wenn man sowas nicht absichtlich einbaut, warum kauft man sich dann solche Objekte? Also Entschuldigung, das ist jetzt eine blöde Frage, aber das ist doch, das ist doch ein toller Effekt, den man sicherlich nicht mal hinbekommen würde mit viel Photoshop. Das gleiche auch noch mal auf unserem ersten Bild, was wir gezeigt hatten, hier hinten auch diese schönen Bokehpunkte, wo sich hier das Gras so schön mischt und wo sich im Endeffekt alles schön zusammenfügt. Es gibt auch teilweise manchmal etwas praktikablere Gründe für eine offene Blende. Das war im Morgen Sonnenaufgang und ich habe hier glaube ich über 25 oder fast 30 Aufnahmen gemacht, Hochformat, für dieses Panorama. 30 Aufnahmen mit einer Belichtungszeit von sowieso schon ein Zehntel oder ein fünfzehntel Sekunde, weil die Sonne war noch nicht aufgegangen, das ist relativ früh. Wenn ich da abgeblendet hätte, wäre ich mit jedem einzelnen Bild in eine längere Verschlusszeit gekommen und dann hätte so ein Panorama plötzlich mal eine halbe Stunde gebraucht zu machen. Und wer weiß, wie schnell Sonnenaufgänge sind, der weiß auch, wie wenig Zeit man hat. Und da möchte man so ein Panorama vielleicht in 20 Sekunden durchfotografieren, weil nach zehn Minuten könnte die Sonne schon ganz anders stehen und dann passt das Panorama schon wieder nicht. Also es gibt zum Beispiel auch technische Gründe wie der Helikopter, wie das Flugzeug oder eben hier wie das Panorama bei der schnell aufgehenden Sonne, wo man möglichst scharfe Einzelbilder haben möchte. Generell gesprochen finde ich aber den wichtigsten Grund einfach diese Ästhetik. Das hier ist zum Beispiel auch eine Aufnahme sehr offenblendig und alleine, wenn man schon merkt, wie sich so die Farben mischen, wie sich so die Unschärfen nochmals eine Schärfe separiert. Schärfe ist nichts anderes als Mikrokontrast. Also wenn man jetzt mal hier auf das Zeichen geht, dann habe ich hier im Endeffekt ein Pixel, was zum Beispiel dunkel ist und ich habe hier ein Pixel, was hell ist. Und wenn ich jetzt anfange, das so ein bisschen zu verwischen, dann bekomme ich eben eine Unschärfe. Und diese Unschärfe, die existiert nicht nur im Detail, die existiert auch so in den Verläufen. Und das ist eine eigene Ästhetik. Ich finde, das gehört zu Objektiven dazu. Nicht ohne Grund nutzen sehr viele Fotografen auch sehr alte Objektive, Vintage, Retroobjektive, weil die einfach einen ganz besonderen Look haben. Und auch die muss man nicht zwangsweise abblenden, weil dann verliert sich oftmals dieser Look sehr drastisch. So, jetzt hätten wir erstmal ganz viele Beispiele und ganz viele Gründe gewählt oder gehört, warum man de facto offenblendig fotografieren sollte. Hauptgründe sind einfach Ästhetik, Look, auch teilweise Technik, ja, Situationsabhängigkeit. Es gibt sehr viele Gründe offenblendig zu fotografieren. Die kann man alle noch gegen argumentieren und sagen, ja, aber Schärfe ist gut. Wobei ich auch der Meinung bin, Schärfe ist nicht alles. Deswegen wollen wir an der Stelle jetzt einfach auch mal über etwas sprechen, was sich Beugung nennt. Also, liebe Kollegen und Kolleginnen da draußen, das, was jetzt kommt, ihr wisst ja, die blauen Lichter, die kommen immer, wenn es subjektiv wird, aber hier werden sie ausgemacht, weil das, was jetzt kommt, ist Mathematik, um genau zu sagen, Physik und ein Unterkapitel der Physik, um was sich jetzt redet, ist Optik. Und dort gibt es einen Effekt, die sogenannte Beugung. Beugung, den Vergleich, den ich jetzt bringe, den habe ich mir abgeguckt bei Anders Uschold. Wer das genauer wissen will, gerne mal die Objektivstrecke angucken. Der hat Beugung relativ simpel erklärt. Der hat gesagt, es gibt hier so einen Hafen und der Hafen, der hat hier so zwei Piermauern. Und dann kommt im Endeffekt die Wellen an. Und die Wellen, die kommen groß an, aber die werden nur dort durch den Hafen reingelassen, wo im Endeffekt die Piermauer nicht sind. Hier an diesen Kanten, da fangen die Wellen an, sich aufzutürmen und zu vermischen. Und was jetzt hier innen drin existiert oder passiert, ist ein Kuddelmuddel an verschiedenen übereinander laufenden Wellen. Und plötzlich habe ich eben nichts mehr scharf. Wenn ich jetzt diesen, diese, 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 wenn ich jetzt diesen, diese, diese Einfahrt des Hafens weiter auseinander ziehe, dann kommen natürlich mehr von den scharfen Wellen durch. Und wenn ich jetzt im Endeffekt das Ganze kleiner mache, dann kommen nur noch, ja das war jetzt wahrscheinlich falsche Farbe, da sieht man wahrscheinlich rot besser. Wenn ich jetzt hier eine ganz kleine Blende habe, dann kommen nur ganz wenig scharf durch und ganz viel natürlich verwaschen und dann wird mein Bild eben matschig und unscharf. Das ist ein System, beziehungsweise das ist eine, wie soll man das am besten nennen, physikalisch, das ist ein physikalisches Prinzip, was sich nicht wegdiskutieren kann und was sich auch nicht bauen, wegbauen kann. Das heißt, kein Objektivhersteller der Welt kann dieses Prinzip beenden, beziehungsweise irgendetwas dagegen tun. Das hängt damit zusammen, dass sich Lichtstrahlen an Kanten brechen. Punkt, Aus, Schluss. Nichts zu machen von der Technik her. Und was jetzt eben passiert ist, dass es gewisse Werte gibt und diese Werte hängen einmal von der gewählten Blende ab, also zum Beispiel F11 und dann hat die Blende einen Effekt, zum Beispiel einen, ich versuche es jetzt ganz, ganz, ganz simpel zu erklären. Blende F11 leitet zum Beispiel die Strahlen ein Zentimeter ab. Nur mal als Beispiel. Das heißt also, der eine Strahl sozusagen, der geht da und der andere geht da und dann hat man hier eine Abweichung. Und jetzt kommt natürlich der nächste Faktor hinzu und zwar, wie viele Megapixel befinden sich auf dieser Fläche? Wenn jetzt wir einen 1,5 Zentimeter großen Pixel haben, dann fällt mir diese 1 Zentimeter Abweisung ja gar nicht auf. Habe ich zwei Pixel auf dieser Fläche, dann habe ich schon eine kleine, sichtbare Unschärfe. Habe ich 4 Pixel zum Beispiel, dann habe ich einen viel höheren Abweichungswert, weil dann wird es viel mehr sichtbar. Das heißt also, es hängt davon ab, was ich für einen sogenannten Pixel Pitch habe und da tun sich auch sehr viele Leute immer echauffieren, wenn man dann sagt, das ist dann, wie nah die Pixel liegen. Nein, es ist der Abstand der Mitten der Pixel und ja, bla bla. Also das kann man alles erstmal beiseite liegen lassen. Es heißt, je mehr Megapixel, umso sichtbarer wird der Effekt der Beugung. Und da können wir an dieser Stelle einfach mal einen Beugungsrechner einblenden. Beugung im Englischen heißt Defraction. Defraction kann man sich ausrechnen. Und da ist es sehr interessant, da tippt man im Endeffekt nur die Auflösung ein, die Megapixel-Auflösung. Also auch nicht 100% richtig, was man da macht, weil ja, man könnte auch zwei Pixel sehr weit auseinanderlegen, aber völlig egal. Man tippt eine Auflösung ein und wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Auflösung der Z7 oder der D850 eintippe, dann bekomme ich einen Wert. Ich bekomme sogar drei Werte. Und diese drei Werte, die sagen eigentlich alles aus. Ab diesen Werten, und da kann man sich jetzt streiten, ab wann das wie sichtbar wird, wer da genaue Informationen hat, einfach mal auf der Seite nachlesen, da wird auch alles erklärt. Ich versuche es einfach mal, ich nehme einfach mal den mittleren Wert raus, weil das ist so der Wert, wo man sagen würde, das ist die klassische Beugung für uns Fotografen. Und wie wir deutlich sehen können, da steht eine Blende 8. Das muss ich mal kurz überprüfen. Wir haben das jetzt für 47, sonst erzähle ich hier was Falsches im Moment. 8.2. Ja, also für 45,7 Megapixel steht da F8.2. Und was bedeutet das? Ich schreibe es mal auf, falls es vielleicht nicht ganz 8 angekommen ist. Wir haben ja keine 8.2, sondern F8 ist ja die volle ganze Blende-Schritt. Und damit würden wir sagen, ab Blende 8 wird das Bild immer weiter unscharf. Je weiter ich abblende, umso stärker wird der Effekt der Beugung und umso generell matschiger wird mein Foto. Und jetzt kommt's, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ja, kann man nicht reparieren, kann man nicht weg irgendwie optimieren. Es ist ein ganz einfacher Effekt, den man selber testen kann, indem man mal zu Hause einfach mal auf Blende 22 oder 32 das Foto macht und dann eben das gleiche Foto bei Blende 5.6. Und wenn man den Sweet Spot, selbst das optimale Objektives anguckt, dann wird man da einen deutlichen Unterschied sehen. Wer also mit Blende 22, mit Blende 16 oder mit Blende 11 Landschaften fotografiert, der muss dafür einen triftigen Grund haben. Ein triftiger Grund könnte zum Beispiel sein, was mir oft passiert, dass ich einen nicht genügend starken Graufilder dabei habe. Bei der nächsten Destination Schottland Episode, da werden wir einige Situationen haben, wo wir am Tag Langzeitbelichten wollen, aber unsere Graufilter nicht ausreichen und wo ich gezwungen bin, für den Bildlook die entsprechende Abblendung vorzunehmen. Dann habe ich aber zwei Dinge. Auf der einen Seite optische Qualität und auf der anderen Seite Bildlook, nämlich die Langzeitbelichtung. Und dann sage ich, ja, das ist mir wichtiger, also gewichtig so. Ich gebe also Schärfe für Bildlook. Ein anderes Beispiel wäre, dass man in der Fotografie die Schärfe braucht, also die Tiefenschärfe braucht. Und dann würde ich sagen, okay, mir ist wichtiger, dass das ganze Motiv scharf ist, als dass das ganze Motiv maximal scharf ist. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Tipp und einen kleinen Verweis. Wir haben da auch schon ein extra Video dazu gemacht. Es gibt das sogenannte Fokus-Stacking. Da nutzt man dann zum Beispiel die ideale Blende 5,6 und packt dann sozusagen eine Schärfentiefe, noch eine Schärfentiefe, noch eine Schärfentiefe zusammen. Und Photoshop macht dann sozusagen ein Bild draus, wo das alles scharf ist, was scharf sein soll. Aber man braucht vier Auslösungen. Das wäre zum Beispiel das Ideale, was man in der Produktfotografie heute sozusagen standardmäßig einsetzt, um wirklich maximale Schärfe zu haben. Achtung, bei diesem Diffraction-Rechner muss man aufpassen, die Sensorgröße ist natürlich auch wichtig. Ob 100 Megapixel auf Mittelformat oder 100 Megapixel in Kleinbild. Das ist sehr, sehr, sehr erheblich. Also aufpassen mit diesen Werten. Da muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es ist eigentlich der Wert, wie eng die Pixel zusammen sind. Jetzt habe ich wieder schon falsch gesagt. Also ihr hoffentlich habt verstanden, was ich damit sage. Es macht auch technisch gar keinen Sinn, mit Blende 16 oder 22 zu fotografieren. Wer das tut, der sollte wissen, dass er damit die optimale Schärfe sowieso schon reduziert. Also es ist ehrlich gesagt so, dass ich lieber hingehen und sage, ich will einen geilen Look, 2,8 oder 1,4. Ich mag den Look, noch wichtiger, ich gebe ein bisschen Schärfe auf, wobei die heutigen Objektive nicht so schlecht sind wie früher. Also dieses Mantra, ein, zwei Blenden, Abblenden für optimale Qualität, das würde ich auch bei heutigen Objektiven sehr in Frage stellen. Und dafür erzeuge ich mir eben ein etwas generell weniger scharfes Bild, habe aber die Vorzüge der Bokehpunkte, der Effekte, der Unschärfe, der Freistellung und so weiter und so fort. Und wir haben ja gesehen, es gibt viele Landesfotos, die besonders geil aussehen, wenn man ein bisschen Vordergrund einbaut. Aber nochmals, Blende 11, 16, 22 oder 32 macht de facto von technischer Wahrhinsicht keinen Sinn. So, das war eine ordentliche Folge. Ich denke, wir zeigen noch ein paar Bilder. Vielleicht zeigen wir auch nochmal ein paar Destination Neuseeland Bilder. Gab es ja auch schon, die Folge, die Staffel. Und auch da haben wir sehr offenländisch fotografiert. Und auch da sind richtig schöne Bilder rausgekommen. Und immer dran wenn wir vergessen, Vordergrund macht Bild gesund und Bokeh ist geil. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.